Ebenfalls am Donnerstag ist das Spiel Wave Wave im App Store erschienen und deshalb stellen wir uns heute mal vor. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Spielmodi und Infinity teilt sich eben nochmals in drei verschiedene Kategorien und unten können wir die Level eben noch im Einzelnen auswählen. Wir starten jetzt hier einfach mal mit Infinity Random, Random also zufällig. Wir haben jetzt hier verschiedene Level und ihr seht jetzt dann hier müssen wir dann eben das, um das Level freizuschalten, müssen wir in dem Level eben 60 Sekunden erreichen. Dann haben wir hier immer unseren Highscore stehen. So, dann können wir jetzt hier auswählen, ob Singleplayer oder Mehrspieler. Ihr seht, wir sehen hier der Strich und dieser Strich geht eben nach oben, wenn wir auf den Bildschirm tippen und so müssen wir eben versuchen, hier diesen Hinternissen auszuweichen und dadurch, dass das hier ja, also es gibt eben noch mal zwei verschiedene Sachen oder drei verschiedene Sachen, die das Ganze schwerer machen. Also ihr seht ja, der Bildschirm bleibt jetzt nicht einfach die ganze Zeit gerade, dann wäre es da deutlich leichter, sondern der bewegt sich eben. Ja, also er dreht sich zum Beispiel eben im Kreis, also so dass er auf dem Kopf steht oder links-rechts. Dann bewegt sich das Ganze, also dann rotiert das Ganze eben, dann verzerrt sich das Ganze eben so, dass es eben immer schwerer wird und dadurch, dass wir ja hier in Vendem drin sind, macht es das Ganze eben alles zufällig. Hier in Rotator, also rotieren, rotiert das Bild eben nur, also es dreht sich nur im Kreis, nicht so wie bei Vendem, wo es eben alles zufällig macht, hier dreht sich es eben nur und verzerrt sich nicht oder sowas. Ihr seht jetzt hier auch solche kleinen, noch mal kleinere Hinternisse zwischendrin, die man eben auch nicht berühren darf. Ja, dann schauen wir uns noch Repeater an. Und dann gibt es eben dann noch das, die zweite Spielmodi, nämlich Galaxie. Hier haben wir dann auch wieder diese Level, die wir dann eben auch immer freischalten müssen. Gehen wir einfach mal in das dritte Level. Und zwar ist es jetzt hier was anderes. Wir haben jetzt hier solche kleine Gegner, nenne ich sie jetzt mal. Und zwar, wenn wir die berühren, dann bekommen wir eben Leben abgezogen. Das Level seht ihr eben unten, das grüne und dann müssen wir halt versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Und wenn wir eben dreimal oder wenn wir hier so eine Schlangenlinie machen, dann kommen wir auch in den Hyperspace. Und ihr seht ja auch schon, dass es einfach ziemlich gut aussieht, alles. Hier dreht sich auch alles so ein bisschen. Hier ist es jetzt noch so, dass wir jetzt hier eben eine Ziellinie haben. Das heißt, ihr seht ja hier, müssen wir eben versuchen, ans Ziel zu gelangen. Da müssen wir... Das ist ja extrem schwer jetzt hier. Ja, und da müssen wir eben versuchen, ans Ziel zu gelangen. Ihr seht jetzt hier, sind wir noch ein bisschen weg vom Ziel. Ja, hier können wir natürlich noch unsere Highscores eben mit anderen Spielern auf der Welt vergleichen. Ist eben für jedes Level einzeln hier. Ihr seht jetzt hier, ich bin jetzt eben... Geht hier jetzt gerade gar nicht dran. Auf jeden Fall, ja, macht das Spiel sehr viel Spaß. Und natürlich auch ein bisschen süchtig. Und ja, für alle, die den so ein Spiel natürlich gefällt, lohnt sich das natürlich. Und ihr seht auch schon, wie... Ja, es ist einfach ziemlich aufwendig gemacht. Hier sieht auch alles sehr schön aus. Und dadurch, dass sich das Bild eben auch noch dreht und verzerrt, macht es das Ganze eben auch noch mal spannender. Und ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns von diesem Video. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020